Riemen! So, ja. So, jetzt habe ich kurz Pause gemacht. Und dann jetzt kommt... ...an anderer Part! Ja! Ich glaube, das letzte Part... ...da war am Ende irgendwie... ...habe ich nicht mal was gepasst oder so... ...dann zwei nur steht... ...und was war das letzte, was wir gesehen haben? Ein Freistoß! Der exzellent Kalten wurde von... ...keinem anderen als dem... ...Zicker Free... ...also mir! Ja, ob das... ...ich werde ein bisschen... ...faul war! Weil... ...ja, okay... ...ist mit dem Fuß in seinem Bein... ...und dann der folgende Fallstoß... ...kommt jetzt... ...von... ...Opasi... ...kommt jetzt! ...h nicht auch in die Wahl mein Vater ja aber ich habe das an mit dem Anstieg wenn er die Hörer wenn die Ecke aufs Tor schießen muss ich mich immer anschauen was der andere Spieler macht den nicht zum Ball geht. Der hier jetzt. Schau! Der sieht, dass der Ball kommt. Oh, der fliegt hin. Ich meine, das ist völlig sinnlos. Oh, ich fühle mich hin! Ich will lieber aufstehen, als ob ich weggekommen treibe. Jetzt bleibt es lustig. Er wird die anschauen, was die gemacht wird. Ich will nur noch dafür den Ball zurück erobern. So kann ich mich nicht verhalten, jetzt war ganz. Der Ball gleich wieder weg. Mikkel. Knallt man wieder dazwischen, geht. Jetzt ist er geschlafen. Sonst ist er so ein starkes Kopfballspiel. Aber diesmal schwache Aktion, kein Problem für den Torwart. Endo. Mann, Endo. Stimmt wohl den Ball wieder. Alter, das war geil vom Spieler. Das war geil vom Angreifer. Das war geil vom Angreifer. Für Wirklichkeit. Der kommt, der macht den Dreck vorbei und schießt. Aber erster schiefen müssen wir nicht noch ein bisschen näher dran. Aber das ist sehr Dreck war geil, muss ich sagen. Nicht ganz offen. Das ist sehr schlimm. Wir haben hier in der ersten Halbzeit im Mausen wir trennen so einen runtergespielt und den Ball dazu perfekt in den eigenen Reihen laufen lassen. So gesehen legen wir hier völlig verdient vor Ort. Oh mein... Oh mein! Oh, der Pass-Klopf! Oh, und schon gleich wieder den Ball verloren. War kein Fall. ich rede mit dir sie kommt immer wieder rechtzeitig zurück zu Ende des Spiels ist heute echt nicht und ich hab's auch nicht und der Kieber auch mit Untermöglichkeit Ja, geht doch, Mann, ey! Bravorec! Bravorec! Und den würde ich wegtreiben! Mann, ey! Zweite Tor schon, ey! Alter, Mann! Ja, genau, der! Gut unter Druck gesetzt, dich hat! Na, du hielst da? das macht die spieler wenn wir folgte die fänden die warte so der blick der fahrheit ich bin cool wieso ist denn die gerdianer kalt weil die langärmliche blickhoffern ich bin ein spieler da oder so jetzt kommt sie klar Gebehrt, lege euch vorne, Gebehrt vorne, anderes läuft. Mann, Mann! Und der Ball ist schnell aus der Gefahrenzone wieder raus. Siehle Fans, wir kommen im Ball geschenkt. Jetzt komm Kippa, es wird auch keine Busschen. Ja, noch mal eine Torchance, Achtung! Nein, da ist nichts mehr. Vielleicht kommt es dann. Wow, Gebehrt vorne. Bek. Der Ball ist wieder ein Tor aus, erneuter ein Tor. Ich schicke nichts mehr. So, das gleiche Spiel noch mal. Noch mal! Die lernen nicht aus den Fehlern. Der Ball ist erst mal raus aus dem Schrafen, und sie können nicht mehr. Aber du schaust. Pfff. Speren zu ihr, die sind los. Denn wie du schon in den Körnchen ausstiegst. Na ja. Röffel heriliyor. Viele Mädels haben mich auf den Körnchen. Nein, 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 nein. Es ist ein Schrafen. Ja, na, 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 na und. Situ? Situ? Tragović Es ist kein anderes Es ist kein anderes Situ? Ja, ich sage den Akumi Das ist sinnlos man Ich glaube nie wer sagt Akumi, der weiß nicht Wi-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa Ist Su oder Miligan weg Alter! Ist schon krank Zu den Hälften war ich erst gekommen eigentlich. Swoon ist weg. Er muss sich noch ein neues... Keine Ahnung, was er machen muss. Vielleicht muss er in Südkorea irgendwas Neues machen können. Schicken. Das war aber schön. Das war schon so geil. Sich mit Schiene. Gewinner. Gewinner nach nach dem Stallpass. Auch, hä? Das ist scheiß schwer. Das ist scheiß schwer. ja 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 steilpässe sind angesagt ist mir nicht so schwer ihr wisst ihr nicht wie es geht Minus und dann oder Flanke wie nach dem hoch oder ähm flach wenn ich ja auch schon mal war man sollte nicht so lange spielen oder zu drängen ja ja hallo zusammen ich bin schon sehr gespannt auf die heutige Begegnung Freizeit Don Schieck Herzlich Willkommen liebe Zuschauer das heute ist zwar nur in Ango-Dachführung ein Fortschritt aber gleichzeitig ein Fortschritt zu Bonner zu Neuen hier Schiet Hu kann er was ich bin noch nicht genau wo sie stehen ich denke mal die Trainer werden auch gespannt sein beide haben du hallo 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 wie sieht er aus ok in Ordnung passt 2 3 2 3 3 wirklich Geld und nicht hier direkt hier und dann das an ihm vorbei das sei geil so dann obwohl es ungeplant aber jetzt diese passt so dem da so denk dass er da schießt aber den so voll langsam macht und er nicht einschätzen kann so entgegelt passt er denkt er geht schnell und dann hätte ihn gehabt aber er hat ihn langsam gemacht hat da ist keiner dran gekommen ich sage ja Gold? Fragezeichen? Gold? Gold? Ausrufezeichen Ba 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 Alter das war einmal Hammer mega geil ey wir waren das boah nein man der war echt gut er sieht ja von oh der läuft gerade passt jetzt so aber es kann abschleißen wenn wir nicht zu schneiden hier na immer knapplich so na was soll's egal der Ball kommt aber die andere mal war irgendwie hässlich ja Look war na klar was ich machen soll oder ein knapper nein auch knapper nicht ja das war das Tor uuuuuhh uuhhhh hmmm uuhh uuhh mh uuhh 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 Ja, danke. Das geht schon wieder her, ne? Mami! Ist doch die Mami! So, ich verhindere, dass die Eigentümer noch was langweiliger ist. Das ist Logik von dem, wie wir aus dem Hansa Rostau haben gesagt. Ich weiß nicht genau, wie sie von Hansa Rostau war es nicht, aber sie sind so ähnlich. Ich weiß nicht, aber sie sind so ähnlich. Die Situation wurde angeschaut. Das war ein gutes Tekling, das war eine faire Aktion. Sanchez. Ah, ein zweiter, ähm, Rapperspieler. Ah, ein falscher Spieler. Ja, und jetzt fragen wir dich, wie? Es gibt verschiedene Dinge, ja. No, das war keine Karte, gar nicht. Ich habe 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 keine Karte, gar nicht. Oh, lass aus. Das war jetzt eine schwache Aktion. Ganz schwache Aktion. Ganz schnell vergessen. Mensch, 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 das war ja allenfalls ein Füßchen. Mensch, das ist ja. Mensch, das ist ja. Ich habe keine Karte, aber es ist ja ein Füßchen. Und ich bin ein Füßchen. Und ich bin ein Füßchen. Wenn du... So ein Würfel kann er. Da muss ich nobie. Das ist ja gar nicht so... Er gibt nur Freistoß. Und dann schiebt sich die da hätte dafür vielleicht, die gelbe Karte, mitzufüß. weg den Mann, ja, einmal. Sanli! Sanchez! Nicht Sanchez, Sanli, er wollte ich. Oho! 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 Daher gibt es jetzt nur Lücke. Sanchez! Turn on this! Oh no, ich weiß nicht. Sanchez! Nehme! Was ist denn hier? Du hast doch keinen Paul gesehen, aber es war ein. Ich bin gespannt, wenn den mal jetzt treten wird. Ja, reparier doch. Du musst ihn doch treten. Du bist ja dran eigentlich. What? What? So, was dem Mann angeht, hat er jetzt die Qual der Wahl. Ah, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler der eigentlichen Schusslopfer. Nu, Ni, na... ... enf admits Nein! Ne! Ok, ne! Denkstilg Denkstilg s č , ja am reichnen in der Schleim nur noch die Mauer da muss traurig sein Neuhaus schlösser Schlecker ein irgendwo auf dem Jahr so wie viel die Worte Armin Turin wieder mal bei Leberkümmel. Jetzt noch so was. Ein Eigentor. Okay, mal ein Eigentor vor, aber keinlicher. Ja mein Gott, kann immer passieren. Ich habe auch schon alles gemacht. Ich bin ich traurig. Ja, super. Ich habe die Kuh da noch. Ecke für Chile. Von Flakten. Aus der Kleidung. Und jetzt steht der Kletterer so noch, der Kuh ist ein B. Was? 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 Ja, das war 3,5 Meter. Ich verstehe nicht. Noch nicht. Hä? Verstehe nicht. Verstehe nicht. Verstehe nicht. Was? Ja, Crash. Aber ich hab... Woll? Das sind 4,5 Meter. Ohne. Den verzei ich. Was? Ja, das Bein würdet. Aber erstmal einfach weiter. Ich meine, was soll das denn? Was? Das war so, den hab ich im Anderen schon schon. Was? In Fajr oder Bevor. Kann auch nicht. Was? Im Fajr oder Bevor. Neц ist nur hier. Und das war die letzte Chance, den Angriff noch zu stopfen. Und es hat geklappt. So! Sanchez! Nein, da wird nichts draus! Tschüss! Oh Gott! Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Jetzt noch! Und jetzt muss er den Ball in den Raum spielen. Und so schnell geht das, jetzt hat der Gegner schon wieder den Ball. Oh, sie schießen halt ab, Mann, mein Bruder. Oh Gott! Wollt auf die Schauspieler! Amen, Neri! Ich hoffe, ihr habt ihn. Ich hoffe, ihr habt ihn. Ich hoffe, ihr habt ihn mit der Flanke einen Wegspieler finden. Bist du? 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 Das war die nächste Mannschaft. Erstens, nein. Passwort schlecht. Ist auch schlecht. Das sind die nötigen Räume. Oh, das ist nur ein voll. Bist du aber die Nummer 6? Wieso? Die sind so. Die sind so. Die sind so. Das ist so. Die sind so. Das ist so. Ich hatte das aber. Der erste Schuss. Das ist so. Oh ja. Nicht so. Nicht begeistern. Aber es wird schon. Was normalerweise hält er den Ball fest? Das ist labert die Kommentare. Das ist eine Unmöglichkeit. Ich bin denn mit dem Ballfest so schwerwieg. Toll. In Wuch стilc lidta metun, er fiel mir hier vor. Darás pertobarte. Oder das ist eine Shine- manifest cokov Wow, er hat mir den Schuss abgeblockt. Dann Sandi, ja wer sonst... Haut drauf! Ja, es sieht aus. So, mal voll. So, Haut rein. Und solange der Gegner nur hinterher läuft, kann er auch keine Turm schieben. So, vielen Dank an Sebastian Hellmann und ich bedanke mich natürlich auch bei ihm mit dem Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. So. So, geht's dann? Na, was ist denn? Wer sagt sich den Schirmer? Was sonst was? Shichu kann aus. Franz Fischichu ist wie Asi, finde ich. Wacken … MitATIP! Die Betechnik, die auch wieder wieder auftreten. Ich bin hier, in einem Mal hoher, in einem Mal zu sein. So, dass ich es nicht ... Ich bin jetzt auch in einem Mal zu spielen und der Betechnik schreibt, ich bin jetzt auch in einem Mal zu spielen. aber es gibt mehr die deutschland gewinnen oder ja direkt verwandelte Ecke so italien gewinnen spieler Okay, ich muss sagen, was ist jetzt schon das erste, nur von heute? Was geht die Prozent haben Sie erst? Echt? Boah, das ist schon lange. Ja, ja, okay. Möchtest du? Nein, ich muss, dass ich gar nichts machen möchte. Meine App, meine Sache. Ciao, bis weg.